Hallo! Also die erste Sekunde meiner Aufnahme leckt immer brutal. Hallo Kevin! Was ist denn in der Nacht anders, ihr beiden Experten? Und damit herzlich willkommen zurück zu Schneller als Dein Schatten 2 Wat? Heute werde ich... Heute werde ich jetzt gewinnen? Ne ne... Mann ey, ich bin echt enttäuscht, dass ich das nicht aufnehmen kann und Konto nicht habe. Ja, dann kauft ihr mal einen besseren PC. Da müssen mich die Leute erst auf Youtube Wenn ich Hunderttausend knall ein... Bei Hunderttausend Likes von meinem nicht existierenden Video, weil ich ja nicht aufnehmen kann, kaufe ich einen neuen PC. Die Leute können mal ins Kommentar schreiben, was sie von dem Format halten, oder? Mach doch Patreon auf. Ich finde das mega spaßig. Die erste Folge war ein bisschen useless, aber so gegenseitig ist halt richtig geil. Aber die war ja für die Erklärung. Mal gucken, wie lange wir jetzt für die brauchen, oder? Ich bin halt für ein Skip. Das gerade doch ist noch bestes Entertainment. Da kann man auch noch ein bisschen länger für arbeiten. Aber mein Pitchum ist auch immer so dunkel geworden. Was ist das für eine Scheiße? Ich muss mal Johnny lauter machen. Ne, Sola, leise. Wie bitte? Was ist mit dir los? Ey, ich glaube ich bin da, wo wir angefangen haben, actually. Hier ist ein Schild, Achtung Rehe, hier müssen Rehe sein. Achtung Rehe. Alter Sola, du kommst immer näher zu mir, verpiss dich mal. Vor allem Achtung Rehe, gutes Schild, ey. Sehr gefährliches Tier. Über der scheiß Straße halt. Warte mal, was mir gerade einfällt. Gibt's nach sonst irgendwelche Unterschiede so? Ich sehe halt original nichts mehr, weil es so dunkel ist. Ja, du siehst die Spur nur mit L drücken. Ja, du musst Taschenlampe anerst, glaube ich. L drücken! Ah, ich glaube, das fällt dir nicht auf, oder? Man zieht Spuren nur mit L. Fällt das dir wirklich nicht auf? Taschenlampe hat keine Auswirkung. Echt nicht? Loll. Nein. Oh, Loll. Das ist ja voll unrealistisch. Brumpschrei Rotfuchs, den gönne ich mir. Da ist mein erstes Opfer. Wo ist die Schrotflinte? Okay, ich habe noch gar nichts gesehen, aber das... Ne, hier jag ich nur mit dem Bogen. Oder? Was scheiß Warnruf, Mann. Hier ist eine Straße. What the fuck? Wieso doch da dann? Ah, okay, ne. Ich bin ja genau in dem Wind. Macht ja gar keinen Sinn. Alter, jetzt... Da bleibt nichts anderes übrig. Oh Gott. Bei mir ist einfach die Taschenlampe angegangen. Automatisch. Ja. Musst du anhaben. Sonst sehe ich wohl noch nicht. Musst du aber anhaben, ja. Stimmt, die geht nicht mal mehr aus. Doch, L. Ach, L. Ich habe F gedrückt. Ja, gut, okay. Dann muss ich mich jetzt... Hätte ich jetzt bei mir aber letztlich nicht aus. Wenn ich L drücke, geht die aus wieder an. Mir bleibt die aus. Die flackert dann. Die flackert dann. Ja, wahrscheinlich die Nuchsteuerung oder so. So. So, ich verbiss mich dann einfach ein bisschen von hier. Dann... Was war ein Ruf, Alter? Alter, gut, dass mein Monitor so hell ist. Der ist nämlich viel zu hell eingestellt. Meiner ist viel zu dunkel eingestellt. Der witz mich verarscht. Der war doch glücklich. Ja, mit dem Licht, das sieht doch jedes Schwein, ey. Nein. Ich habe doch gerade gesagt, das war kein Schweine. Na klar, ich habe doch gerade eins erlegt. Ist aber ein wildes. Ja. Ziemlich wahr. Das war so wild, es hat mich getötet. Das war jetzt das Beste, ey. Wie das jetzt mal Sola K.O. prügelt, ey. Das muss ich mir schon sehr anziehen. Ich konnte nicht schießen, weil ich nicht nachgeladen habe. Ich bin so ein Bonobo. Wie so eine Amateure verliere ich, ey. Schäm dich. Ich kann jetzt auch nachladen oder absetzen. Das hatte sogar ein Geweih. Wie kann man nachladen oder absetzen? Brauchst du Fähigkeitspunkte für. Echt? Jo. Ja, das hat mich gepracticet. Ich habe was. Oh mein Gott, das hat dir nicht gerecht. Gibt es noch nicht, Alter. Sola ist doch da, wo ich eben war. Der Rotfunk war gerade genau. Ich habe es erlegt. Ahahaha. Alter, ist das ein scheiß Ernst. Das ist Kackloops, Alter. Egal, jemand hat auch einen Headstart gehabt. Da hat nichts draus gemacht. Das stimmt. Ich habe noch eins. Als ob. Nein, das rennt. Na gut, das war eine weitere Folge. Ich habe es. Nein, das war noch nicht. Stopp. Das gibt es nicht. Stopp. Stopp. Du ne Scheiße. Lauf, bitte. Sola darf nicht gewinnen. Nicht nach zwei Minuten. Ich habe da nichts gesehen. Wo ist die Leiche? Ich muss erstmal die Leiche einsetzen. Wenn ich das wieder verkacke hier. Ah, der blüfft doch nur. Wo ist die scheiß Leiche? Wo ist die scheiß Leiche? Der blüfft. Ich sollte mir vielleicht immer merken, wo die scheiß Leiche sind. Ah, so das Orientierungssinn darauf ist doch Verlass, Jungs. Nein. In dem Spiel einfach. Nein. So ein Kackspiel. Als ob er jetzt schon zwei Viecher gekillt hat. Ich habe eins. Als ob er die scheiß Leiche nicht findet, ey. Tue ich wirklich nicht. Ah ne, hier ist es. Also Jungs Spuren finden ist in der Hand überhaupt wirklich schwerer. Ah, was haben wir hier? Wo sieht denn das? Wo sehe ich einen Muskel, Lungen, Flügel links. Alter, auch noch ein guter Schuss. Premium. Annehmen. Ich verfolg mal das andere. Vielleicht ist das ja irgendwie verreckt auf dem Weg. Juhu. Das habe ich zweimal gehittet, da bin ich mir ziemlich safe. Oh, hier ist richtig viel Blut. Eieiei, Jungs. Was sehr gering. Deine Mutter ist sehr gering. Was sehr gering. Alter, so lass richtig Feuer und Flamme in dem Gamer. Alter, voll. Ja, den lieb ich. Nächstes Mal, wo es auch was trifft, ne? Ja. Brumfschrei. Jetzt hole ich euch. Fluchtungsgrad sehr gering. Nee. Warte, sag mal, die Spur weg, da ist er. Ich ficke dich. Ich seh original gar nichts. Ja, nachts ist halt richtig behindert, Alter. Aber die sehen uns auch nicht. Haben wir nachts gemacht, Mann. Ja, ich hab gesagt, das ist kacke. Kevin kann ja noch schnell ändern fahren. Nix. Was kann Kevin schnell die Dings ändern? Nein, wo? Hä? Ist doch hier lang gelaufen. Boah, ich seh ja nichts, Alter. Das ist aber so intens, ne? Oh, da ist Blut. Sola, hast du jetzt was oder nicht? Ja, ich hab eins schon auf jeden Fall. Oh Gott. Aber es ist sogar das zweite. Es wurde gar nicht angezeigt. Doch, tödlich. Ja? Oh, shit. Hier ist Blut. Es ist nicht sein Scheißernst, Alter. Kann mich halt auch grad nicht drauf klammern, muss ich ganz ehrlich gestehen. Von her. Wir müssen mal an einer Stelle starten. Und dann einfach loslaufen, weil irgendwie wenn... Ja, 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 ja. Ja, ja, aber beim zweiten Mal nicht. Weil dann haben alle gleiche Voraussetzungen, weißt du. Ja, dann nochmal Neustart. Was haltet mal Dein Maul? Ich mein, ihr macht doch euren Port in... Macht Buxtehude, ne? Ja, was hat's ihm gebracht? Nichts. Henno. Wie will man denn bei der Dunkelheit einen Fuchs erkennen? Gibt's eigentlich auch Wölfe? Regnet's jetzt? Meint ihr, wenn das blutet und ich das einfach nochmal brunftschreie, dass das dann Bock kriegt? Ja, klar. Das hat bestimmt keine anderen Probleme gerade. Alter. Ey, Sola, ey. Mann, das ist hier irgendwo. So, und jetzt ist nice, dass Sola unerfahren ist, weil er keine Ahnung hat, wie er ein Vieh zur Strecke bringt. Das stimmt. Kann man auch nochmal die Luft anhalten, irgendwie? Ja, mit Shift. Mit Shift? Ja. Das hätt's ihm nicht sagen sollen, Kutscher. Ey, das muss... Der braucht jeden Tipp, den er kriegen kann. Stimmt, der hätte ja noch nicht ein Tier, ne? Ne. Ey, du hättest ja fünf Kilometer weg, Alter. Ey, warum ist meine Spur denn nie... Finde ich hier tatsächlich jedes Mal eine andere Spur? Oder würde mich das Spiel einfach verarschen? Ja, beides. Boah, Meisterschütze. Easy. Weiß ob. Läuft bei dir. Kriegt man aber früh. Hab ich noch nie geguckt. Ja, aber das heißt, hätte da nicht jemanden getötet, oder? Nö, du hast ihn nur getroffen. Okay, schauen wir mal. Lass dir von nichts sagen. Es ist tot, ich hab's. Als Obmann. Als Obmann. Nein, Mann. Ach, das ist schon wieder zu easy. Oh Mann. Das ist schon wieder zu easy, Leute. Das zählt nicht. Das zählt nicht. Fett! Okay, machen wir drei draus. Machen wir noch eine. Ne, dann machen wir einfach nur noch die selbe. Dann starten wir aber diesmal alle beim Standpunkt, beim leichten. Ja, aber lass das mit der gleichen Folge jetzt noch machen, oder? Ja, wir reisen jetzt. Warte, aber wir reisen zum Außenposten jetzt alle. Ja. Oder ändert Kevin kurz die Tageszeit. Alter. Ich werd jetzt nur noch sehen, ob ich sie getötet hab oder nicht, ey. Ich würd auch sagen, dass Kevin die Tageszeit wieder ändert, oder? Ich dachte, bei Nacht ist es so geil. Kann man den Chat schreiben? Nee. Nee, bei Nacht ist echt nicht so geil. Ihr sollt schon mal... Alter. Ist das dein Ernst? Wo muss ich jetzt hinkommen? Alter, mich hat gerade einer angetweetet. Hä? Hand of Blood hast du das Hunter-Update schon mitgekriegt? Rotlux, Junge. Pfeift den Kutscherl überran. Auf, auf. Was für ein Update. Wo muss ich mich hinporten? Es kommt ne neue Map mit neuen Tieren. Geil. Wo kann ich, wie kann ich mich wohin porten? Gehst auf das B. Drückst M. Ja. Und dann gehst du auf Karte. Ja. Und dann klickst du auf den Außenposten. Ne Reise. Alter, das ist schon ganz so easy. Okay, so warte, stell ich jetzt um. Ich brauch mehr Munition. Ich muss mich healen auch irgendwie, ey. Healen? Ah, herrlich. So, dann Kevin, geh mal hier zu dem Haus, da kannst du Tageszeit ändern. Ah, Moment. Du kannst dich da nicht healen. Ja, ich glaub ein bisschen Munition. Alter. So, was? Du gehst hier zum Haus, änderst die Tageszeit. Mach mal auf, äh, 7 Uhr. Oh, boah, jetzt. Na, mach mal sechse. Nein, nein, nein. Da pennen die doch noch. Mach sieben. Sieben, Junge. Alter. Was war das denn? Toi, jetzt muss ich auch noch zahlen. Ja. Die Scheiße. So. Drei, zwei, eins. Nein. Sprinten. Let's go. Warte. Ja, zieh mir jetzt runter, ja? Okay. Wie? Nee, das ist dieselbe Aufnahme, oder? Ja, ich weiß. Aber dafür, dass es losgeht. Achso, jo. Drei, zwei, eins. Go. So. Dürfen wir schnell reisen? Nein. Nö. Der ist jetzt voll dumm. Vor allem, du sagst alle ins selbe Rechte. Was ist das denn? Günther, komm her! Oh mein Gott, bist du ein Bon gefahren? Du bist doch voll der Amateur. Okay, ich geh, ich geh, ich mein jetzt ein Risky, Risky Call. Kevin, verpiss dich. Papierst du dich von mir? Mach ich ja. Ich geh einfach nur über die Straße. Und du gehst da durch den Busch. Ich geh Nordosten. Nö, ich geh Osten. Ja, ich geh Nordosten. Ne, ich geh Nord, äh, Südosten. Ja, dann mach das. Ost-Süden. Oh, ich seh einen. Was? Halt die Knappe. Okay, ich geh zu dir. Ich seh auch einen. Alter, aufzuschießen! Mann, das läuft! Heno, das war geil. Ich hab Insta in die Luft geballert, wo er gesagt hat, hier ist einer. Viel Spaß, Kevin. Alter. Alter, das ist so schön. Johnny, hast du geschossen? Sol hat schon wieder eins erwischt, glaub ich. Ja, ich hab's getroffen. Alter, ist das dein scheiß Ernst, du misset? Ist das einfach nur Lack? Was soll denn das? Drei Runden hintereinander Lack oder was? Ja! Ey! Es ist mir in die Arme gelaufen! Alter, es ist ein Meter vor mir! Hab ich den Kopf getroffen! Oh fuck. Ich find schon wieder... Holy shit! Ja, hast du es oder nicht? Ja, na klar, Junge! Hast du es? Scheiße, ich hab das Wettbewerb nicht gestartet. Alter, danke Kevin, du hast zu mir geschossen! Start mal den Wettbewerb! Warte mal, der hat den Wettbewerb nicht ge... Was?! Fuck! What the fuck, es ist... Es ist mega bugged hier. Er steht einfach auf der Stelle. Ich hab's einfach sechsmal grad getroffen und ist nicht umgekippt. Jo, und Sola kriegt jetzt das Fieber? Nein, es rennt weg. Ey, Kevin, du dummer Spastier! Das war Karma für mich! Alter! Also Leute, ich will ja nichts sagen, ne? Es hat nicht mal geblutet? Alter, haltet eure Fresse! Ich will ja nichts sagen, aber... Alter! 1-0! Alter, was?! Nee! Hast du jetzt wirklich einen, oder was, Kucha? Ihr steht doch links unten, Kevin! Während das vor mir wegrinnt, hat's geschissen! Ja klar! Die müssen auch kacken, die Viecher! Ah, da ist es! Nee, was ist das denn? Was ist das denn? Hier ist ein Scheiß... Hä, hier ist ein Geweih! Ja! Mit XP! Alter, wie bitter! Oh, ich hab doch gar nicht gestartet! Das war halt echt... Vor allem mit deinen Rumschreiereien davor war das halt... Alter, die Szene war halt richtig krass! Es ist halt auf mich drauf gesprintet! Ich hab extra gewalt mit dem Schießen, bis Kevin startet! Alter! Ja, gut! Das muss doch sterben, Alter! Ich jag die Scheiße jetzt! Ich jag die Scheiße jetzt! Es muss doch sterben! Was jagst du? Scheiße! Na gut! Es ist genau in deine Richtung gelandet, Max! Ich glaub, Sola sprintet einfach nur rum und guckt, ob er irgendwie... Echt? Ja, mach ich auch! Mach ich auch! Ja, also es ist auf jeden Fall hier in die Richtung! Bei dir irgendwo! Oh, Kevin kommt auch schon näher! Ich pack die Schrot aus für den Nahkampf! Mal weg hier, Alter! Wie schießt denn da so laut? Er hat Sola geschossen? Irgendwann hat geschossen! Ich hab nicht geschossen! Kevin, du kommst immer näher! Du warst eben 400 Schritte entfernt! Ich kann halt nicht Richtung Norden gehen! Oh Mann! Da ist es! Da ist es! Was? Ist tot! Hä? Du bist neben mir! Du bist auch schon wieder zwei oder was? Ich hab nicht mal einen Schuss gehört! Hast du schon zwei jetzt, Ola? Ne, ich hab eins! Das ist doch das vom Anfang gewesen! Was ist denn hier los bei, Leute? Ah, Alter! Jetzt versaut er mir hier die Region! Jetzt, ey, Lila! Ja, ich verpiss mich wieder! Ah, ne! Ich darf natürlich nicht in Richtung... Oh, Kevin! Es ist zwischen uns! Ne, ich... Ne, es ist hinter mir! Oh, leu! Okay, dann ist es super weit weg! Dann... Have fun! Naja! Für dich ist es weit weg! Die L&E-Spots! Ich glaub du das gehört hast, den Ruf, ey! Ja, die... Die Rufe hört man 10 Kilometer! Jetzt auch gesehen! Holy shit! Als ob! Gefühlt, ja! Was war ein Warnruf? Was machen wir bei nem Warnruf? Gar nichts! Man rennt weg! Das ist die Warnung, dass sie dich ficken! Ja! Sie rufen ihre Cousins und dann kommen sie vorbei! Mit besser! Du musst dann laufen! Sola ist schon einmal gestorben, ne? Also... Ja, Sola haben sie schon erwischt! Die sind aggressiv, die Viecher! Die haben das eigene aufgegessen! Nicht verwirrt! Alter! Und die sind dann getötet! Gerecht! Hapa, Hapa! Äh, Leute? Nein, halt dein Maul! Ist das zwei das? Ich will ja nichts sagen! Gewonnen! Alter! Ich hab nix gesehen! Okay, wir brauchen einen schwereren Wettbewerb! Ey, was ist denn mit Kuja und Sola hier los? Okay, wir brauchen einen schweren Wettbewerb! Ich hatte noch nicht mal ne Spur! Ja, Leute, das war ne weitere Folge! Ja, das war's jetzt wirklich für heute, oder? Was? Nein! Ja, wie lange geht's denn jetzt schon? Ja, 50 Stunden! 15 Minuten! Ja! Ja gut, dann machen wir noch einen! Ja! Ja, dann machen wir jetzt einfach von hier aus weiter, oder was? Ja, würde ich sagen! Das geht schon locker 30 Minuten oder so! Also bei mir sind's 15! Also bei mir, okay! Ja, dann machen wir noch einen! Let's go! Ja, dann start einfach schnell, Kevin! Nochmal zwei, oder was? Ja! Aber nächste Folge holen wir uns was schwereres ran! Das kann nicht sein! Genau, fahren eine Map oder so, weil es geht danach! Ja! So! So! Ich und Sola sind halt einfach die richtigen Hunter, ja! Alle da bei Max ist ja was! Na, Warnhof! Nee, das war hinter mir! Oh, lol! Ich denke ich nur Hirsche in dem Gebiet, ja, ne? Und Füchse! Und Wildschweine! Verschienen! Es gibt auch Rehe! Kann nicht sagen, dass ich keine Spur finde! Ich hab noch keine Spur oder sonst was! Oh, hier sind drei! Alter, halt dein Maul! Hilf mich nicht! Du hast so einen Lack! Weißt du, er läuft dann einfach nur rum und findet die! Aber was ist das? Vor allem noch was! Wollen Sie rennen die nicht weg? Hä? Das ist grad vor den Augen erledigt worden und die chillt einfach weiter! Ja, das hatte ich vorhin aber auch einmal! Ja, ich hab zwei! Nein, 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 nein! Das kann nicht sein! Hey, du, das riecht ja verzweifelt! Das glaub ich nicht! Das kann nicht sein, sagt er! Denk zuerst der Oberjäger! Ja! Dann muss er einmal in den E-Spot rein! Augen öffnet! Ja, man muss aber auch wirklich sagen, dass die Rehe hier teilweise auf der Map übel verpackt sind! Ja, die bangen echt nicht so! Aber es kann auch sein, dass sie einfach einfacher sind! Hä? Aber die sterben halt auch! Ja, 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 die sterben halt auch! Ich hab's dreimal angeschossen! Hä? Alter! Jetzt stirb doch einfach mal! Was soll die Scheiße? Okay, aber ich kann doch nicht sagen, dass ich keine Spur für 10 Jahre finde! Ja, dann haben wir den Spuren-Bug, glaub ich! Es kippt nicht um! Was ist das? Alter, alles verpackt! Das ist halt Xe, das Vieh! Okay, Headshot hat funktioniert! Nichts! Nichts! Nicht mal Kackhaufen! Keine Spuren! Okay! 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 Ich hab drei! Ich hab vier! Ich hab fünf! Boah! Ich hab'n hier! Irgendwas großes! WTF! Zwei! Alter! Okay, das war's jetzt aber! Ich hab' keinen Bock mehr mehr! Vier! Free Elo für Solar! Traumspiel! WTF! Ich hab'n gleich das höhere Level als Max, ey! Fünf Stück! Aber der hat sich einfach nicht bewegt, oder was?